Autorität, die da ausstrahlt. Oder wir fangen wirklich an, ist richtig, gell? Merci. Grüezi miteinander und guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und auch in die Kamera möchte ich es noch gerne sagen, auch herzlich willkommen natürlich an alle Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause im Livestream. Wir haben hier Maskenpflicht. Ich lege die Maske jetzt mal weg, weil es ein bisschen komisch ist, mit der Maske dann zu reden. Und so werden sich ja auch unsere Gäste heute Abend machen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich an der Universität hier in Luzern sein darf, mit Ihnen einen, ich bin ganz sicher, einen sehr interessanten und spannenden Abend verbringen darf. Es ist natürlich klar, wenn man an einer Universität ist, geht es um Wissenschaft. So gehört sich das auch. Unser Gast, muss ich nicht viel dazu sagen, deswegen sind Sie auch gekommen, wegen unserem Gast. Sie kennen ihn alle, Richard David Precht. Er wird ein Referat heute Abend halten, Wissenschaften durch Wissenschaft, worüber er auch in seinem neuen Buch schreibt. Das zu unserem Gast. Ich werde ihn dann nachher noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, aber zuerst mal kommen wir zu unserem Gastgeber, der diesen Abend überhaupt möglich macht. Professor Bruno Staffelbach ist ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre, Direktor vom Center for Human Resource Management und Rektor dieser Universität in Luzern. Das sagt schon alles, wo seine akademischen Interessengebiete liegen, beim Human Resource Management und Management Ethik. Wir begrüssen ihn sehr herzlich und mit einem warmen Applaus geht es meistens besser. Bruno Staffelbach. Also, meine Damen und Herren, es geht heute Abend überhaupt nicht um mich, aber danke für die Einführung und für die Wohlverstellung. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Angehörige und Ehemalige der Universität Luzern. Ich heisse Sie herzlich willkommen zur ersten Presidential Lecture hier an der Universität Luzern. Die Presidential Lecture ist die Idee einer Plattform des Austausches zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, die wir mit dem Start von heute dann jeweils zweimal jährlich durchführen möchten. Im Frühling und im Herbst. Und heute ist der Start und Herr Brecht hat vorhin schon gesagt, als er gehört hat, das sei die inaugural Presidential Lecture, wir setzen heute die Standards für die weiteren Veranstaltungen, die folgen wären. Ich möchte nicht viel sagen, meine Damen und Herren, weil ich stehe zwischen Ihnen und dem Referenten von heute Abend, aber es ist einfach höflich, wenn ich jetzt einfach als Hausherr den Referenten von heute Abend einfach noch besonders begrüsse und nicht vorstelle, aber einfach ganz kurz einleiten. Luzern ist eine Brückenstadt und das gilt sinngemäss auch für die Universität Luzern. Die Uni Luzern, sie forscht zu Brücken zwischen Menschen und Institutionen, sie baut Brücken zwischen akademischen Disziplinen und sie ist Brücke für akademische Berufe, Talente und Organisationen. Gleiches metaphorisch gilt auch für den Referenten von heute Abend, Richard David Brecht. Er ist Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen Philosophie und Lebenswelt und er verbindet Texte und Kontexte, Ideen und Kalküle, Rechte und Pflichten. Aber wie das halt bei Brücken so ist, sie haben die Eigenart, dass sie quer zum Mainstream stehen. Gut gibt es Brückenpfeiler. Und auf dem Brückenpfeiler der Universität Luzern steht, ein Leben mit Wissen ist besser als ein Leben ohne Wissen. Wenn Wissen also gut ist für das Leben, dann bezweckt Wissenschaft ein gutes Leben und dann ist es unsere Aufgabe von der Uni her, die Welt besser zu machen, nicht mit Politik, sondern mit Wissenschaft. Nun aber, was heisst Wissen schaffen durch Wissen schafft? Und das ist die Kernfrage, weshalb Herr Brecht heute Abend. Das ist, ich freue mich auf Antwortspektren von Ihnen, Herr Brecht. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Bruno Staufelbach. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, mit Ihnen natürlich, mit Richard David Brecht zu diskutieren, auch mit Ihnen übrigens. Tja, es ist schwierig, vor allem mit dem Mikrofon, wenn man die Maske an- und ausziehen muss. Ich habe mir überlegt, wie stelle ich unseren heutigen Gast vor? Das ist gar nicht so einfach, denn über den Philosophen Richard David Brecht weiß man schon vieles. Er gilt quasi als Darling der Medien, hatten ihn der Tagesanzeige letztendlich bezeichnet. Und er ist wirklich eigentlich omnipräsent mit all seinen Sachen. Mit seiner Philosophie-Einführung Wer bin ich und wenn ja, wie viele, hält er übrigens den Langzeitrekord der Sachbuch-Bestsellerliste des Spiegels. Und er ist ein wahnsinnig fleißiger Mann. Er schreibt Kolumnen, Essays, Billettristik und seine Bücher zu philosophischen und gesellschaftspolitischen Themen werden garantiert zu Bestsellern. Seit fast zehn Jahren hat Richard David Brecht, der in Germanistik promovierte, übrigens zudem eine eigene ZDF-Sendung unter dem Namen Precht. Und man kann ihm nun auch via Podcast folgen. Seine Themen sind äußerst vielfältig, ob soziale Verantwortung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Migration, bedingungsloses Grundeinkommen oder Bildung. Richard David Brecht lotet aus und Bruno Staffelbach hat es schon angetönt. Er sagt, was er denkt und das gefällt nicht immer allen. Und das ist gut so und darum ist er auch hier eingeladen. Und wir freuen uns sehr, dass er da ist und wir freuen uns auf sein Referat. Richard David Brecht, bitteschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ganz, ganz lieben Dank für die freundlichen Einleitungsworte. Vielen lieben Dank, dass Sie alle gekommen sind. Es freut mich. Ich bin erst das vierte Mal in meinem Leben in Luzern. Ich bin das erste Mal an diesem Ort und ich werde einen Vortrag halten, den ich noch nie in meinem Leben gehalten habe und der auch in dem Moment, wo ich jetzt rede, überhaupt zum ersten Mal entsteht. Aber Sie haben natürlich den großen Vorteil, dadurch, dass das aufgezeichnet wird, Sie da vermutlich das ein oder andere Mal später reingucken können. Ich stehe jetzt vor der Aufgabe, einen Film zu drehen, der zu dem Zeitpunkt, wo er gedreht wird, überhaupt erst in Echtzeit entsteht. Die Aufgabe, die man an mich herangetragen hat, besteht darin, etwas zur Rolle der Wissenschaften zu sagen, ein bisschen genauer auszuloten, was Wissenschaften sind, was sie leisten können und inwiefern sie in Zeiten wie diesen eine wertvolle und wichtige Orientierungshilfe sind und was jene Einwände oder jene Skepsis ist, die den Wissenschaften heute entgegenschlägt und wo sie möglicherweise herkommt. Das ist so in etwa der Parcours, den ich mir vorgestellt habe, der abgesprochen ist für die nächsten 35 Minuten und danach haben Sie 20 Minuten lang die Gelegenheit, mich all das zu fragen, was Sie wirklich interessiert, sofern es etwas mit dem Thema zu tun hat. In Zeiten wie diesen, in gespenstischen Zeiten, in den Zeiten der Pandemie, in den Zeiten eines Ausnahmezustandes, in den Zeiten, in denen gestritten wird über Messwerte, Inzidenzen, Todeszahlen, Überlastungen von Krankenhäusern auf der einen Seite und wegen neben der Messwerte auf der anderen Seite über Werte gestritten wird, über Grundwerte zum Beispiel, über Freiheitswerte und so weiter in einer sehr, sehr aufgeheizten Atmosphäre, an die wir uns wahrscheinlich später ein Leben lang erinnern werden und sagen, was war das damals für eine merkwürdige oder besondere Zeit? Eine Zeit, in der sich angemessener Anstand an abgemessenem Abstand bemessen ließ. Etwas, was man vielleicht sonst in der altjapanischen Tradition noch kennt oder auch dem Schweden nachsagt, dass er das auch macht, aber etwas, was unseren Kulturen quasi fremd ist, was wir einstudieren müssen, was wir lernen müssen, wo die Gewohnheiten und Routinen unseres täglichen Lebens zum Teil schmerzhaft unterbrochen sind, wo sich das Leben, eine Denkpause, man will nicht den Kalorau machen und sagen Atempause gönnt, in einer Situation, in der es an Orientierung sehr, sehr stark mangelt und wo sehr viele Leute sich die Frage stellen, wem oder was kann ich vertrauen, fällt mir die Aufgabe anheim zunächst einmal eine grundsätzliche Lanze für die Vertrauenswürdigkeit von Wissenschaft zu brechen. Dass Wissenschaft der Orientierung dient, brauche ich Ihnen nicht groß zu erklären. Nahezu alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir durch die Wissenschaften. Und die Aufgabe, diese Art von Wissen zu generieren, lange, lange, lange bevor die Wissenschaften überhaupt Wissenschaften hieß, bestand eben genau in dem, Orientierung zu geben. Wissenschaft entsteht aus dem Bedürfnis des Menschen, sich mit sich selbst und in seiner Welt und in seiner Umwelt zu orientieren. Sie besteht genauer darin gesagt, das Unverfügbare zu messen, um es verfügbar zu machen. Wissenschaft beginnt mit dem Kalender. Die allerfrühsten Formen, die wir in den antiken Hochkulturen haben, bei den Babyloniern, bei den Ägyptern, vielleicht sogar bei den Sumerern, sind Kalender, die erstellt werden, Kalenderbauten. Man denkt an die Megalithanlagen wie Stonehenge, das ist ein Kalenderbau. Sonnentempel der Inkas, Kalenderbauten. Man versucht also, sich zu orientieren, indem man sich innerhalb des Settings der Gestirne verortet. und je regelhafter man seine Natur begreifen kann, je mehr man sie auf eine Regel bringen kann, umso mehr hat man das Gefühl, sie zu verstehen und je besser man das versteht, umso besser kann man sich fortan orientieren, was die Jahreszeiten anbelangt, bis zum gewissen Grade, was das Wetter anbelangt, was die Veränderungen, die zyklischen Veränderungen der Natur anbelangt. Das ist der Anfang von Wissenschaft. Die zweite große Station in der Ausprägung von dem, was wir heute Wissenschaft nennen, was wie gesagt lange nicht so genannt wurde, ist die griechische Philosophie. Die griechische Philosophie entsteht am Anfang durch sogenannte Physikoi. Ein Physikoi, das würden wir heute übersetzen, ist ein Ingenieur. Die ersten griechischen Philosophen waren Ingenieure. Leute, über die wir nicht viel wissen. Thales, Anaximenes, Anaximander. Auf der Suche nach dem Urstoff. Archie. Das ist das zentrale Wort. Man möchte versuchen, was hält die Welt im Innersten zusammen? Woraus ist die Welt gemacht? Was ist das Eigentlichste am Eigentlichen? Die Luft. Oder das Feuer. Woraus besteht das Ganze? Was ist das für eine Welt, in der ich lebe? Auf einer zweiten, höheren Stufe entsteht das, was wir wirklich Philosophie nennen. Das waren jetzt nicht mehr die Ingenieure, nicht mehr die Beherrscher des Praktischen, die praktische Erklärung für praktische Dinge, Regeln erstellen wollten, nach denen man etwas machen kann, Gräben trockenlegen, Bauten errichten und so weiter. Sondern auf der zweiten Stufe, und das verbindet sich für uns mit Platon als dem Urvater der Philosophie, kommt ein Gedanke auf, dass die Welt, wie ich sie sinnlich wahrnehme, nicht die eigentliche Welt ist. Das ist der Zweifel an der phänomenologischen Evidenz. Der Zweifel an der phänomenologischen Evidenz ist der Anfang eines tieferen Verständnisses von Wissenschaft. Es ist nicht nur unter anderem mal das Konzept der Ideenlehre, das Platon ausprobiert hat, sondern dahinter versteckt sich etwas Größeres. Dass das, was der Mensch mit seinen Sinnen erfassen kann und von wo aus er Rückschlüsse darauf zieht, was er für Wahrheit hält, nicht die eigentliche Quelle von Wahrheit sein muss. Sondern dass das, was wirklich passiert, etwas ist, was sich der sinnlichen Evidenz entzieht. Wir werden nachher, wenn wir über Corona reden, wissen, dass das eine ganze Menge damit zu tun hat. Dass nämlich Wissenschaft nicht darin besteht, sinnliche Evidenzen zu machen, bis hin zu anekdotenhaften Erfahrungen, sondern dass hinter den Dingen Prinzipien lauern, Regelhaftigkeiten lauern, Gesetzmäßigkeiten und so weiter, die sich dem persönlichen, sinnlichen Erleben nicht in der ganzen Komplexität offenbaren. Und der Begriff, der davon in den Griechen geprägt worden ist, ist der Begriff Metaphysik. Das, was hinter den physikalisch wahrnehmbaren stehenden Gesetzmäßigkeiten des Universums. Das wird diesen großen Begriff Metaphysik, der bis heute noch anhält, auch wenn er heute in der Philosophie nur noch eine Randbedeutung hat, der aber für das, was sie abendländische Philosophie nennen, weit mehr als 2000 Jahre von entscheidender Bedeutung gewesen ist. Im Mittelalter wird man Aristoteles zu dem Philosophen erklären, nachdem Platon im Grunde genommen vorher lange, lange Zeit die Spur vorgegeben hat. Platonische Philosophie verbindet sich mit dem Judenzum zu einer Neuauslegung des Christentums. Vieles von dem, was wir heute unter Christentum verstehen, ist Neu-Platonismus. Und dann kommt Aristoteles dazu, mit Aristoteles wieder die Orientierung an der unmittelbaren Faktizität der Dinge. Das heißt also, die Metaphysik, die Frage nach dem Eigentlichen, muss sich neu befragen lassen, an der Evidenz des faktisch Vorliegenden. Das ist letztendlich eine interne Abkehr vom christlichen Weltbild innerhalb des Christentums. Und darauf aufbauen werden dann Menschen innerhalb des christlichen Weltbildes Maßstäbe für das setzen, was wir heute Wissenschaft nennen. Ramon Jui, der große katalanische Philosoph des Mittelmeerraumes und Roger Bacon in England. Indem man hingeht und tatsächlich die Welt versucht zu betrachten, als wenn nicht alles, was in der Welt ist, etwas ist, was Gott in einer ganz bestimmten, bisher tradierten Bedeutung gemeint hat, sondern das offen dafür ist, in der Verfügungsgewalt des Menschen überhaupt erst mal zu etwas gemacht zu werden. Fackere heißt machen und Fakten sind das Gemachte. Es ist das Hergestellte, das Gemachte, das, was Menschen durch drungen Begriffen angewendet haben. Das ist sozusagen Grundlagen, bevor dann später in der Renaissance die Vorstellung von dem entspricht, was wir zum ersten Mal mit dem Begriff Wissenschaft belegen können. Und Wissenschaft entsteht durch eine folgenschwere Trennung. Wissenschaft entsteht durch die Trennung zweier Begriffe, die vorher immer zusammen gedacht worden sind. Skientia auf der einen Seite, Science und Sapientia Weisheit auf der anderen Seite. Das sind zwei Begriffe, die dauerhaft nicht mehr zusammen gedacht werden können, sondern es sind zwei Welten und zwei Kulturen, die entstehen. Die Skientia beantwortet die Wie-Fragen, die Sapientia die Warum-Fragen. Weisheit kann durch Wissenschaft nicht hergestellt werden, aber unendlicher Erkenntnisfortschritt. Und der Begriff des Fortschritts, den erwähne ich hier nicht zufällig, der Begriff des Fortschritts wird konstitutiv für unser Verständnis von Wissenschaft. In dem Moment, wo die Wissenschaften als Wissenschaften anfangen, sich von der Religion zu lösen, erst noch im Gewand der Philosophie erscheinen, in dieser Zeit wird der Fortschrittsgedanke, der entscheidendste Gedanke, der die Skientia von der Sapientia trennt. Denn es gibt keinen unausgesetzten Weisheitsfortschritt, aber es gibt einen unausgesetzten naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Und Fortschritt wird später für die bürgerlichen Gesellschaften zur entscheidenden Blaupause ihres Selbstverständnisses. Am radikalsten ausgedrückt, im Jahr 1793 zu Papier gebracht, ein Jahr später erschienen in einem Kellerversteck vom Marquis de Condorcet, der in seinem Abriss über die Zukunft der Menschheit sagt, alle Probleme der Menschheit und wir reden aus der Zeit des Jakobinertums, Ende der Französischen Revolution, alle großen Probleme der Menschheit werden künftig gelöst werden können durch Wissenschaft. Alle. Und zwar nicht nur die naturwissenschaftlichen Fragen, auch alle gesellschaftswissenschaftlichen Fragen. Es gab zu dem Zeitpunkt den Begriff Gesellschaftswissenschaft nicht. Es gab nicht die Vorstellung, dass es die Naturwissenschaften gibt, die mit exakter Methodik etwas erforschen und genau gleichrangig dazu möglicherweise Gesellschaftswissenschaften, die das machen. Condorcet skizziert für diese Gesellschaftswissenschaften Ziele, zum Beispiel eine Universalsprache. Er wollte, dass es Französisch wird. Es ist Englisch geworden. Er skizziert eine Sozialmathematik. Die Vorstellung lässt sich das Verhalten des Menschen nicht genau so wissenschaftlich erklären und erforschen wie die Phänomene der Natur, wenn der Mensch doch selbst ein Naturphänomen ist. Müssen wir nicht exakt dieselben Instrumentarien anwenden und wenn wir das mal konsequent tun und alles aufräumen, Politik und Gesellschaft und Moral, dann werden wir genau solche Fortschritte, wie wir die bisher gemacht haben in den Naturwissenschaften, auch in den Gesellschaftswissenschaften machen. Wenn wir uns diese Prophezeiung von 1793 genau angucken, dann können wir sagen, stimmt das oder stimmt das nicht und die Wahrheit ist ungefähr zur Hälfte. Richtig ist, dass auch die Humanwissenschaften, die Kulturwissenschaften, die Gesellschaftswissenschaften irgendwann anfangen werden, manche erst sehr spät, immer stärker nach dem Gusto naturwissenschaftlicher Methodik durch Messen, durch Experimente und so weiter voranzuschreiten. Ob das jetzt eine unausgesetzt aufsteigende Linie ist, ist eine spannende Frage. Es ist zumindest ein Trichter, der immer breiter wird. Es entstehen immer mehr Wissenschaften. Die Wissenschaften werden immer kleiner in diesem Prozess. Wir haben die Entstehung der Psychologie als neuer Wissenschaft, dem Selbstverständnis nach als Naturwissenschaft. Die Soziologie, die auch in ihrer Methodik, als sie entsteht, sehr nah an den Naturwissenschaften orientiert ist. Ursprünglich sogar begründet wurden von Menschen wie Auguste Comte, die von ihrer Ausbildung Ingenieure waren. Das ist sozusagen die Ingenieurswissenschaft des Sozialen in ihren Ursprüngen. Es entsteht also eine unglaubliche Auffächerung von Wissenschaften. Und ich möchte die Gelegenheit natürlich nicht verstreichen lassen, einige Sätze zur Philosophie zu sagen, die eine ganz merkwürdige Rolle in diesem ganzen Spiel spielt. Denn die ganze Philosophie des 19. Jahrhunderts nach Hegel muss sich mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Philosophie? Ist sie Wissenschaft oder ist sie Nichtwissenschaft? Ist sie eine der Wissenschaften oder ist sie noch, wie Kant gesagt hat, die Wissenschaft der Wissenschaften? Das war das war noch möglich, das war noch möglich, dass man Ende des 18. Jahrhunderts sagen konnte, die Philosophie ist die Supervisor Wissenschaft über allen anderen Wissenschaften. Sozusagen die Wissenschaft, die den Wissenschaften hilft, sich selbst besser zu verstehen, indem sie sie von höherer Warte aus beobachtet und in Kontexte miteinander stellt. Also mindestens Brücken baut, wenn ich sogar große Synthesen mache, die das alles noch zusammen zackern und zusammen klammern. Das war noch Kant's vorstelle. Hegel hat das natürlich selbstverständlich auch geglaubt, der hatte allerdings auch von den Naturwissenschaften eine erschreckend vernichtende Meinung, er hatte nur eine große Meinung von der Philosophie, er sah den anderen ganz kleine Zulieferwissenschaften, extrem gegen den Geist der Zeit bereits gedacht, ganz anders die Entwicklungen in Frankreich, wo der bürgerliche Zentralstaat anfing, die ganzen Wissenschaften zu fördern und ein breites naturwissenschaftliches Wesen an Fakultäten, Akademien und so weiter und so weiter aufbaute, was ja in der versprengten deutschen Landschaft nicht so der Fall war, sodass es also möglich war, im damals provinziellen Berlin sich noch vorzustellen, ja, Philosophie sei sozusagen etwas, was Lichtjahre weiter und größer wäre, als das Wissen von Einzelwissenschaften, die nur ein klein bisschen Material beisteuern. Tatsächlich kommt es dann nach Hegels Tod genau zu der Krise. Eine Krise, die darin besteht, dass die Philosophie nicht mehr weiß, was sie ist. Wenn sie nicht mehr die Königin all dieser Disziplinen ist, ist sie dann eine Wissenschaft unter anderem und dann die noch schwierige Frage. Wenn sie eine Wissenschaft ist, wie die Naturwissenschaften, wie gesagt, Soziologie gab es noch nicht, Psychologie gab es noch nicht, Ökonomie gab es gerade so irgendwo, meist auch noch im Schlepptau der Philosophie, sich aber die Frage stellen, wovon handelt die Philosophie, wenn sie eine Wissenschaft ist? Das ist eine verdammt gute Frage. Sie wird im 20. Jahrhundert so beantwortet werden, dass es noch viele Leute gibt, die meinen, sie eindeutig beantworten zu können. Im 19. Jahrhundert ist das sehr viel schwieriger. Noch übergreifender wird die Frage gestellt, die jetzt entstandenen Wissenschaften von Menschen, die keine Naturwissenschaften sind, können die den gleichen Wahrheits- und Erklärungsanspruch haben, den die Naturwissenschaften haben? Wilhelm Dilltei wird sagen, der Unterschied ist völlig einfach zu sagen zwischen den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften. Der Unterschied ist, die einen erklären und die anderen verstehen. Die berühmte Dillteische Erklärungswissenschaften und Verstehenswissenschaften. Es gab dann im Zuge des Neukanzianismus sehr ähnliche Erklärungsvorstellungen. Zum Beispiel, dass die Naturwissenschaften interessieren sich für Gesetzmäßigkeiten. Die Geisteswissenschaften wissen, dass es im Leben des Menschen keine Gesetzmäßigkeiten in naturwissenschaftlicher Art gibt. Deswegen sind sie die Wissenschaften, die nicht versuchen, etwas einzukochen und zu reduzieren auf eine Gesetzmäßigkeit, sondern die sich mit der Fülle auseinandersetzen und die Fülle zu ihrem Recht kommen lassen. Die ganzen Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften, wie Rickert sie nannte, veranschaulichen. Man kann daran erkennen, dass in der Tat, und wir reden jetzt über die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, eine unglaubliche Unruhe und Bewegung dadurch reingekommen ist, dass man Sapientia und Skientia nicht mehr zusammendenken kann, dass sie zerfallen sind und dass sich die Frage stellen wird, werden wir in ein Zeitalter der Naturwissenschaften eingehen und wird in dem Ganzen alles das, was wir Gesellschaftswissenschaften, Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften, ist eigentlich nur ein Appendix der Naturwissenschaften sein. Wir wissen ziemlich genau, was im 20. Jahrhundert daraus geworden ist, die zunehmende von Naturwissenschaftlichung der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, übrigens einschließlich der Philosophie, nämlich der analytischen Philosophie, der radikalste bisher unternommene Versuch gewesen ist, die Philosophie zu einer Wissenschaft zu machen. Aber eigentlich müsste jeder nicht-analytische Philosoph der festen Überzeugung sein, dass Philosophie alles ist, aber bestimmt keine Wissenschaft. Die analytische Philosophie nennen die Philosophen, die in Philosophie nicht-Wissenschaft nennen oder die Philosophie nur als historische Wissenschaft betreiben, aber Gegenwartsphilosophie nicht, Kontinentalfilosophie. Das ist in der Sprache der analytischen Philosophie nicht nett gemeint. Kontinentalfilosophie ist so ein bisschen das, was es vorher gab und was man so bei Kamingesprächen macht, was aber keine Wahrheiten zutage fördert. Wir sehen also, wenn wir jetzt über die Frage reden, ich werde gleich einen Schwung machen in die Gegenwart, was ist Wissenschaft, dann sehen Sie, dass es mit einer sehr verzwickten Geschichte zu tun hat, weil wir wissen sehr, sehr genau, was Naturwissenschaft ist. Die Ökonomen meinen, dass das, was sie machen, Wissenschaft ist. Es spricht viel dafür, spricht auch ein bisschen was dagegen. Es gibt immer noch den Begriff Betriebswirtschaftslehre, der aus alten Tagen stammt, als man sich nicht ganz sicher war, ob es wirklich eine Wissenschaft ist. Richtig ist, dass die Ökonomie natürlich das ganze Arsenal der wissenschaftlichen Methodik benutzt, ohne jeden Zweifel. Trotzdem ist sie irgendwie nicht das gleiche wie eine Naturwissenschaft. Trotz sozusagen, dass man das ganze Arsenal der Methodik hat, ist man ja keine Naturwissenschaft geworden. Und das Gleiche gilt natürlich für die Soziologie und die Sozialpsychologie und so weiter auch. Also man hat die Methodik übernommen, ist aber nicht im gleichen Maße Wissenschaft. Dann stellt sich wieder die Frage im anderen Maße und da muss man wieder erklären, was ist sozusagen der Unterschied, in welchem Maße man Wissenschaft ist. Große spannende Diskussion, die ich hier nicht zu Ende verfolgen will. Wenn wir heute in die Gegenwart springen und vor der schwierigen Frage stehen, dass Politik dramatische Entscheidungen fällen muss, dass Politik zwischen dem, was die medizinischen Wissenschaften über ein Virus, das wir nicht gut kennen wissen, über Impfstoffe, die wir nicht gut kennen wissen und das abwägen muss mit Dingen, die der Gesellschaft auch noch wichtig sind, wie eben Werte und Freiheiten und so weiter, dann stehen wir quasi vor einer unglaublich schwierigen Situation. Sehr viel schwieriger zum Beispiel als beim Klimawandel. Beim Klimawandel ist die Sache von der Idee her einfacher, wenn die Evidenzen, die wir darüber haben, tausende von Experten, die extreme Experten sind, einzig und allein für diese Fragen, wenn die uns ziemlich klar sagen, wohin die Reise geht, dann haben wir hier eine Evidenz von 99,9 oder so Prozent, wie man sie sich dramatischer in ihrer Klarheit nicht vorstellen kann. Trotzdem haben wir eine interessante Erfahrung gemacht. Ich meine, Mitte der 80er Jahre hat man am Pol Experimente gemacht, die sehr, sehr präzise waren und sehr genau erklärt haben, welche Rolle der CO2-Ausstoß beim Klimawandel spielte. Das war Mitte der 80er Jahre. Und in all diesen Jahren ist eigentlich die Weltgemeinschaft, kann man sagen, zum Kölner geworden. Die hatten auch immer Jotjanger. Ja, ja, wer weiß, vielleicht stimmt es ja doch nicht und selbst wenn es stimmt, ja, wir können alleine und nicht mehr und so weiter. Es ist unglaublich zu sehen, wie früh extreme wissenschaftliche Expertise da war und wie unglaublich lange die Gesellschaft gebraucht hat, das auch nur halbwegs zuzulassen und zu akzeptieren. Übrigens mit der naheliegenden Begründung, man hätte keine Antwort darauf gehabt, wenn es stimmt. Und deswegen haben wir hier eine unfassbare Verrängung gehabt. Völlig anders die Situation bei Corona. Eine der ersten Sachen, die völlig auffielten war, Politik hört auf einmal auf Wissenschaft. Ganz großer Unterschied zum Klimawandel. Da ist es vielleicht seit zwei, drei Jahren so, dass man halb darauf wird. Als in Deutschland die Diskussion darüber war, Kohleausstieg und so weiter, da hat man die Expertisen hochrangiger Wissenschaftler als, sagen wir mal, Empfehlungen angesehen. Als unrealistische Empfehlungen. Bei Corona war das von Anfang an anders. Hier hat man von Anfang an und man hatte das sehr, sehr große Problem und das wissen Sie alle, mit diesem neuen Virus kannte sich fast niemand aus. Trotzdem gab es ein unglaubliches Interesse nach jeglicher Expertise von Epidemiologen, Virologen und so weiter. Es scheint also, als hätte man diesen Fehler, den man beim Klimawandel gemacht hat, hier eben nicht gemacht. Das große Problem, was dann allerdings entsteht, war wieder die Frage nach den Handlungsanleitungen. Wir leben ja, auch aus guten Gründen, nicht in einer Expertokratie, sowohl beim Klimawandel nicht, wie auch bei Corona nicht. Das heißt, die Regierenden sind nicht die Leute, die von der Sache am meisten fachlich verstehen. Und wir haben bei Corona das Problem gehabt, es eben mit einem Phänomen zu tun zu haben, nicht wie beim Klimawandel, das wir seit 40 Jahren beobachten, sondern mit etwas, was völlig neu war, was sich unausgesetzt verändert, Mutationen, die auftreten, die wir vorher nicht erahnen konnten. Jeden Tag lernen wir auf diesem Sektor dazu. Und so wichtig es ist, dass wir auf die Wissenschaft hören, haben wir jetzt hier natürlich mit einem unausgesetzten Progress in der Erkenntnis zu tun. Und die Tatsache, dass wir nicht auf so ganz, ganz sicheren Fundamenten überall stehen können, macht natürlich die politische Entscheidung schwierig. Und das Zweite ist, ethische Abwägung dieser Art, wie viel Schaden kann ich der Wirtschaft im Zweifelsfalle zuguten? Wie viele Tote muss ich möglicherweise in Kauf nehmen? Wen kann ich mit welchen Maßnahmen und wie weit gehen diese Maßnahmen schützen? Das sind alles Fragen, die man nicht wissenschaftlich beantworten kann. Am Ende bleibt es bei einer Politik, die zwar die Orientierung, damit hatten wir angefangen, die Orientierung durch die Wissenschaften hat, die die Information zum gegenwärtigen Stand der Wissenschaften hat und trotzdem Dinge miteinander abwägen kann, die man nicht wissenschaftlich miteinander abwägen kann, weil sie auf so unterschiedlichen Feldern stattfinden, dass es völlig irrsinnig wäre zu glauben, hier irgendeine ganz, ganz sichere wissenschaftliche Vorgehensweise zu gewinnen. Man denke an den schwedischen Weg im Vergleich zu dem, den die allermeisten Länder in der Welt gemacht haben und so weiter und so weiter. Oder auch Wissenschaftler, die sich, und das kann man niemandem vorwerfen, wenn es sich um ein neues Virus handelt, völlig unklar darüber waren, wird uns das Virus 20 Jahre lang begleiten oder fünf oder wird es vielleicht doch nach zwei Jahren weg sein. Eine Gleichung mit 1, 2, 3, 4, 5 Unbekannten und in diesem ungefähren Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig sozusagen die Orientierungsleistung der Wissenschaft so ernst und wichtig wie möglich zu nehmen. Aber immer zu wissen, dass man sich in dem Ganzen in einem unsicheren Bereich aufhält, ist natürlich für die politischen Entscheidungsträger eine unglaublich schwierige Herausforderung in unserer Zeit. Und sie wird durch eine Sache jetzt ganz massiv erschwert. Einer der bedeutendsten Philosophen der amtländischen Geschichte, William James, der bedeutendste US-amerikanische Philosoph, nebens Charles Sanders Peirce. Die beiden haben den Pragmatismus begründet. Peirce hat seine Philosophie in Abgrenzung zu James' Pragmatizismus genannt. William James verdanken wir eine sehr wichtige Erkenntnis. Er war der erste Philosoph des Abendlandes, der die Evolutionstheorie sehr, sehr, sehr ernst nahm, ohne thekenartige Schlussfolgerungen wie der Sozialdarwinismus daraus zu ziehen. William James sagt, wenn unsere Gehirne in der Savanne unter einem gewissen Optimierungsdruck der Umwelt entstanden sind und wenn unsere Vorstellung von dem, was wir für wahr halten und was wir für falsch halten, abhängig ist von Orientierungsleistungen. Warum sollte sich da jemals was dann geändert haben? In der Savanne ging es nicht um die Frage, was ist richtig und falsch im absoluten Sinne. Auch nicht, was ist die Wahrheit. Es ging um die Frage, wo ist das Wasserloch und kann ich dem und dem vertrauen, wenn er mir sagt, dass das Wasserloch da und da ist. Falls sagen hier das richtige Wort ist, vielleicht war Zeigen vor zwei Millionen Jahren noch ein bisschen angemessener. Es ging um praktische und nützliche Wahrheiten. Wahrheit hatte dort ihre Funktion erreicht, wo sie nützlich war. In dem Moment war sie ins Ziel gelangt. Und William James stellt die ketzerische These auf, ist das nicht immer und überall so und ist das nicht heute noch so. Bemisst sich der Wahrheitswert einer Aussage nicht nach seiner Nützlichkeit. Leute, die James nicht mochten, haben das die Philosophie des Dollars genannt. Nach der Nützlichkeit. Ich instrumentalisiere alles, es gibt keine großen Wahrheiten, alles kann man kaufen. Das war nicht das, was William James sagen wollte. William James hatte eine sehr differenzierte Vorstellung von dem, was Nützlichkeit ist. Wenn mir jemand erzählt, dass ein guter Freund von mir gestorben ist, dann würde ich das sehr, sehr gerne verdrängen, weil ich das nicht wahrhaben will. Mein Gehirn sagt mir aber, dass es sehr nützlich ist, diese Information ernst zu nehmen und sie in meinen Gedankenkosmos zu integrieren und sie nicht für irrelevant zu halten oder als nicht existierend. Nützlichkeit heißt nicht unbedingt, dass es mir passt. Nützlichkeit heißt es, dass es in meinen Gedankenkosmos integrierbar ist und dass meine Schleue, Aristoteles würde sagen die Phronesis, die Klugheit als oberste Tugend, dass meine Schleue, meine Klugheit mir sagt, das ignorierst du mal lieber nicht. Das nimmst du als Wahrheit an. Das Problem ist aber, und das wissen wir alle, mit der Phronesis von jedermann ist es nicht allzu gut bestellt. Es gibt sehr unterschiedliche Stufen von Klugheit, die noch nicht mal eins zu eins mit Intelligenz gepaart sind. Es gibt sehr intelligente Menschen, die wenig klug sind und es gibt sehr lebenskluge Menschen, die vielleicht keinen hohen IQ haben. Und das Interessante ist, und das ist das, was William James sagen wollte, im normalen Alltag brauchen wir keine absoluten Wahrheiten, sondern in allermeisten Situationen reicht es, wenn irgendwelche Informationen für uns nützlich sind und sich in unser Gedankengebäude, was uns zur Orientierung in der Welt hilft, hineinpassen. Und das ist die Art der Wahrheitsfindung, wie Nichtwissenschaftler sie im Alltag praktizieren. Und bis zu einem Gewissen gerade, kann man sagen, ist es auch sinnvoll. Man stelle sich mal vor, bei jeder Information, die in ihr Leben tritt, würden sie hingehen und würden bis auf die letzte Stelle hinterm Komma versuchen herauszufinden, ob das wohl wahr ist. Solche Leute sind notorische Querulanten. Sie würden an der Welt irre, wenn sie alles, was ihnen ein Freund irgendwo beim Glas Wein erzählt, sofort anzweifeln würden. Es gibt Leute, die haben so ein Temperament oder so ein Charakter. Die tun es sich aber mit der Welt nicht leicht. Normalerweise besteht Wittgenstein hat gesagt, dass mein Leben besteht darin, dass ich mich mit vielem begnüge. Und das ist auch das, was wir meistens tun. Wenn das aber unsere Denkroutine ist, nicht alles grundsätzlich auf seine letzte Stelle hinterm Komma der Wahrheit zu hinterfragen und wenn das die ganz normale Lebensroutine der Menschen ist, dann darf es auch nicht verwundern, dass wir in Situationen kommen, in denen sehr viele Privatmetaphysiken entstehen. Es ist jedem gegeben, sein Weltbild mit seinen eigenen Werten, Vorstellungen, Idealen und Ideen zu möblieren. In Zeiten wie in der Pandemie wird allerdings sehr sichtbar, wie sie möbliert sind. Und es wird eben auch sehr sichtbar, wo Denkwege sehr frühzeitig zu Ende gehen. Und jetzt würde man sagen, es ist doch ganz einfach, ich muss mich nur an den Wissenschaften orientieren. Aber wenn die Wissenschaften nicht eine hundertprozentige Eindeutigkeit in jeder Frage haben können, wenn viele Fragen immer noch ungeklärt sind, die sich um die Pandemie kümmern, ist immer noch nicht ganz, ganz genau, wo ist das, ist der Ursprung. Und wenn der Ursprung nicht wirklich klar ist, gibt es Leute, die das eben austapezieren oder auskleiden mit Vorstellungen, die schöne Narrative ergeben. Menschen sind hochgradig fiktionsbedürftig. Das heißt, wir haben ein hohes Interesse daran, nach stimmigen Geschichten. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir Probleme mit unserer Identität. Also die Geschichte, die sich jeder selbst erzählt, ist das Selbstbild, was er hat. Es gehört grundsätzlich zum Menschen dazu, sich einen Lebenslauf zu erstellen, der aus lauter ausgewählten Dingen besteht. Man hätte auch andere auswählen können, die der eigenen Persönlichkeit eine gewisse Stimmigkeit geben und dazu führen, dass man der Gute ist. Das Bedürfnis, der Gute zu sein, es gibt wenige Verbrecher, die ohne auskommen. Die allermeisten Menschen kommen nicht ohne das Gefühl, aus die Guten zu sein und sie bilanzieren ihre eigene Lebensgeschichte und ihr eigenes Tun um dieses Gutsein des eigenen Ich herum. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass die Narrative, die erfunden worden sind, weil sie so schön klingen, die eindeutige Erklärung geben. Und es ist übrigens diesen Leuten sehr oft egal, dass die eindeutigen Erklärungen unglaublich schnell austauschbar sind. Am Anfang war Bill Gates der Urheber von Corona. Die meisten, die damals Bill Gates dafür gehalten haben oder geglaubt haben, dass Bill Gates im Einklang mit der chinesischen Regierung was macht, sind heute zur viel populäreren Theorie übergewechselt, dass Klaus Schwab vom World Economic Forum derjenige war, der das Ganze sozusagen überhaupt zusammengehalten hat. Und Bill Gates spielt wahrscheinlich nur eine Nebenrolle in diesem Stück. Wichtig an der Erzählung ist nachher nicht, ob die erste Geschichte gestimmt hat, sondern dass es einen ursächlichen Grund gibt, der böse ist. Das ist das, was sozusagen es gibt den Übeltäter am Anfang, der Kette, der die Büchse der Pandora geöffnet hat. Das ist die Struktur, die sich durchhalten muss und die unglaublich austauschbar ist. Und bin ich einmal sehr tief in dieser Struktur, dann suche ich mir jeweils die Informationen so passend rein, dass sie für mich nützlich sind zur Bestärkung meiner Sicht. Das hat es immer schon gegeben. Das ist überhaupt nicht neu. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen die Juden für die Urheber allen Weltübels gehalten haben. Was man den Freimaurern nicht alles angedichtet hat, dass sie für alles Übel dieser Welt verantwortlich sind, 17. bis 18. Jahrhundert. Oder in der gleichen Zeit die Jesuiten. Alles Weltböse kommt von den Jesuiten. Das haben unheimlich viele Menschen geglaubt. Also wenn man wusste, was ein Jesuit ist, jeder zweite davon wäre Überzeugung, dass das was mit dem Bösen zu tun haben musste. Und in diese Rolle kommen jetzt andere Gruppen Vorstellungen von Verschwörungen, die Bilderberger. Ja, und was ist alles so? Es sind Jesuiten der Gegenwart, was ist alles so für Möglichkeiten? Gibt Leute, die im Geheimen an den Strippen ziehen. Verstärken kommt natürlich dazu, dass man heute soziale Netzwerke hat, wo das Verbinden mit Gleichgesinnten sehr viel einfacher ist als früher. Das heißt also, früher war eine Privatmetaphysik eine Privatmetaphysik, die bis zur Grenze des Stammtisches reichte. Heute haben wir natürlich die Gelegenheit, uns in den Echokammern des Internets nach allen Regeln der Kunst immer wieder bestätigen und bestätigen zu lassen. Und ich meine, was sucht der Mensch anderes als Anerkennung? Und dann Anerkennung für ein Geheimwissen zu kriegen, wo man weiß, dass man zu den wenigen gehört, die etwas durchschaut haben, was die große Menge der Dummen nicht durchschaut hat, bestärkt das Selbstwertgefühl in unglaublichem Ausmaß. Es ist von jedem Land zu jedem Land sicher verschieden, wie groß die Anzahl der Menschen ist, die sich in der Corona-Zeit eine Privatmetaphysik um das Virus herum aufgebaut haben. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Zahlen leider nicht weniger geworden sind, sondern je länger die Pandemie geht, tendenziell sogar eher steigen. Weil kaum einer, der einmal über Geheimwissen verfügt hat, wieder aussteigt. Es aber schafft, dass der ein oder andere vielleicht noch dazukommt, weil er gedacht hat, Corona ist im halben Jahr weg und ist das immer noch da und so weiter. Also je länger die Pandemie geht, umso größer wird auch die Anhängerschaft und es handelt sich um eine sehr missionsfreudige Anhängerschaft. Und das führt dazu, dass das ganz Natürlichste von der Welt, dass wir in gewisser Hinsicht auch in den Wissenschaften bei der Pandemie vorwärts irren, bestimmte Dinge nicht genau wissen können. Langfristige, kurzfristige hier, Wirkung da, Impfstoff B, Impfstoff A, Wahrscheinlichkeiten, Statistiken hier und so weiter. Das kann niemand im Vornherein sagen. Normalerweise wären wir nie in der Situation, uns dem aussetzen zu müssen. So einen Impfstoff zuzulassen, dauert normal sieben oder acht Jahre. Jetzt sind wir wahnsinnig froh, dass wir diesen Impfstoff haben, aber wir müssen natürlich viele Lernerfahrungen, die normalerweise in Erprobungsphasen gemacht werden, real machen. Und in genau dieser Situation ist jede Ungereimtheit, die auftritt, sofort ein weiterer Beleg für die vorhin genannten Privatmetaphysiken. Und wenn man am Ende was Positives sagen will und sich die Frage stellt, wie kann man in zukünftigen Zeiten, ich meine, wir leben in einer gesellschaftlichen Umbruchzeit, die viel größer ist als Corona. Also das ist die digitale Revolution, das ist die Nachhaltigkeitsrevolution, das sind große Veränderungen in der klassischen DNA der bürgerlichen Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft, die sich hier vollziehen, vielleicht vergleichbar mit der ersten industriellen Revolution. Gewaltige Veränderungen. Wenn man das in einer solchen Zeit sieht, ist natürlich die Angst und die Befürchtung von denen, die dem Staat nicht mehr trauen, die grundsätzlich der Presse nicht mehr trauen, den Medien nicht mehr trauen, dass sie sehr groß werden kann. Man muss nur einen kleinen Blick in die USA werfen, da ist sie irre hoch. Da hat sie vielleicht ein Drittel der Bevölkerung erfasst. Und das sind natürlich Dinge, die für die im Vergleich sehr viel stabileren mitteleuropäischen Industrienationen immer Warnsignale sein müssen. Und was ist letztlich das Rezept dagegen? Das Rezept dagegen ist breite gesellschaftliche Diskussion all dieser Phänomene, nicht der Verschwörungstheorien, sondern Abwägungen zwischen medizinischen, ethischen und gesellschaftlichen Erwägungen. Stärkste Beteiligung der Human- und Gesellschaftswissenschaften an der Corona-Diskussion. Dass man das Gefühl hat, alle erdenklichen verschiedenen Perspektiven werden hier auch gehört. Es ist sozusagen keine Diktatur der Medizin. Es ist eine breit im Konsens und in Abwägung und so weiter erbrachte Geschichte, was die Regierung sich am Ende dann für richtiger hält oder was sie für falsch hält. Ja, nichts, was ausgeklüngelt wird, sondern etwas, was in der Gesellschaft diskutiert wird. Und langfristig weit über Corona hinaus ist es eine Bildungsfrage. Die zentrale Aufgabe unseres Bildungssystems ist die Urteilsschulung. Und vermutlich leben wir in Bildungssystemen, die da noch besser werden können, gerade was das Schulsystem anbelangt. Da könnte ich natürlich abendführend drüber reden, aber ich bin ja nicht für einen Bildungsvortrag eingeladen. Aber dieses riesige, schwierige Problem in einer immer komplexeren Informations- und Wissensgesellschaft, innerliche Kriterien dafür zu entwickeln, was man für vertrauenswürdig hält und für weniger vertrauenswürdig, ein Methodenverständnis zu entwickeln für naturwissenschaftliches und geisteswissenschaftliches Denken, ein Methodenverständnis zu entwickeln für das eigene Denken, den eigenen Bias, die Tücken und Fallacies des eigenen Denkens, wird eine ganz große Herausforderung zukünftiger Gesellschaften sein, damit sie auch zukünftig so stabil bleiben, wie sie jetzt noch sind und wie sie hoffentlich bleiben werden. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Darf ich Sie darüber bitten? Wir sind bald so weit, wenn ich Sie schnell hier rüber bitten darf und Bruno Staffelbach noch dazu kommt, wäre das schön. Vielen Dank der Philosophe, also zu Wissenschaften durch Wissenschaft, Richard David Precht, herzlichen Dank und eben Bruno Staffelbach kommt auch noch dazu und wir wollen natürlich unbedingt weiter diskutieren, Ihre Meinungen, Statements, Fragen, bitte auch kritische Sachen sind nachher sehr gefragt, weil ich finde gerade in so einer aufgeheizten Stimmung, die Sie auch angesprochen haben, Herr Precht, ist es wichtig, dass man weiter diskutiert, die Debatte sucht, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist, vielleicht kriegt man ja doch den einen oder anderen Blickwinkel und lernt noch was dazu. Vom anderen auch, wenn der gesagt, nein, ich bin nicht deiner Meinung und das wollen wir hier machen in ungefähr zehn Minuten. Zuerst mal von mir noch ein paar Fragen, Wissenschaften durch Wissenschaft, Sie haben es ja gesagt, diese zunehmende Kritik auch an der Wissenschaft, ist das, sagen wir mal, um ein kleines Wortspiel zu machen, war die Pandemie der Booster, dieser immer zunehmenderen Kritik an der Wissenschaft? Ja, wobei ich tatsächlich glaube, die eigentliche Wurzel ist nicht die Kritik an der Wissenschaft. Also wir leben jetzt nicht in einer Zeit, in die Wissenschaft grundsätzlich negativ gesehen wird, sondern es ist die Kritik am Staat. Die Wissenschaft wird als Handlanger des Staates empfunden. Also ich glaube, so funktioniert das. Also dahinter steht eine tiefe Staatsskepsis, also dass man der Obrigkeit nicht mehr traut, dass man glaubt, man wird von oben irgendwie belogen oder man wird manipuliert. Und das war ein Gedankengut, das eigentlich in unseren Kulturen in den letzten Jahrzehnten überhaupt kaum eine Rolle gespielt hat. Die allermeisten Leute hatten ein unterm Strich entspanntes Verhältnis zum Staat. Und dass das jetzt so hochkommt, dass man dem Staat alle erdenklichen Sauereien, Mitspielen in einer Verschwörung und so weiter zutraut, da sind die Wissenschaften eigentlich mitgefangene einer Staatsskepsis. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie eine tatsächliche Skepsis gegenüber den forschenden Wissenschaftlern ist, sondern eher, dass sie instrumentalisiert werden oder sich instrumentalisieren lassen. Ich glaube, das ist der Verdacht, der unberechtigte Verdacht, der aber hier massiv geäußert wird. Jetzt haben wir ja sehr viele Studenten, ich glaube, ungefähr 30 Prozent sind ganz junge Leute von Ihrer Universität, Herr Staffelbach. Wie erleben Sie das bei den Studenten? Sind die, Sie sind ja auch schon länger im Geschäft, sind die kritischer heutzutage oder was Herr Precht auch sagt mit der Staatskritik eigentlich oder der Wissenschaft gegenüber oder hat sich da was verändert in den letzten Jahren und vielleicht auch durch die Pandemie natürlich. Das Winter Staatskritik habe ich jetzt einfach für uns jetzt im Moment in Luzern ein bisschen Mühe. Wir sind relativ unabhängig vom Trägerkanton. Das sieht man schon von den finanziellen Voraussetzungen her. Das muss gesagt sein. Das muss gesagt sein. Der Kanton ist ein absoluter Minderheitsaktionär bei uns. Aber jetzt zu den Fragen von den Studierenden. Ja, ich kann auf 30, 35 Jahre zurückblicken und wenn ich zurückblicke, denke ich, die Studierenden heute sind eher exponiert einem Zwang zum kritischen Denken. Vor 20 Jahren, 25 Jahren, als ich studiert habe, gab es das Wort des Professors, der Professorin, allumfassendes Scripto. Es gab ein Lehrbuch und am Schluss gab es eine Prüfung. Das war eigentlich ein relativ einfacher und eindeutiger Informationsinput. Und heute gibt es Aufsätze, die werden abgelöst in einer bestimmten Kadenz mit neuem empirischem Wissen. Es gibt unterschiedliche, ich würde sagen, nicht mit Privatmetaphysiken, aber doch sektorielle Metaphysiken für bestimmtes partielles Wissen. Es gibt alle diese Echoräume, man täuscht sich auch. Also die Widersprüchlichkeit in der Informationswelt ist heute grösser und von daher der Zwang, sich darin orientieren zu können. Sie sind ja auch ehemaliger Kommandant einer Infanteriebrigade der Schweizer Armee. Herr Staffelbach, im Militär ist hier einfach, was Sie gesagt haben. Der oben, der sagt, du machst das und der Soldat oder der Rekute muss es machen. Müsste man das vielleicht wieder ein bisschen mehr einführen, dass das Machtwort gesprochen wird? Man hat Rechte, aber man hat auch Pflichten sozusagen. Darüber haben Sie ja, Herr Prechter, auch ein Buch geschrieben über Rechte und Pflichten. Aber wäre es vielleicht einfacher, wenn man ein bisschen militärisch dahinter gehen würde? Ich denke nicht. Es sind auch zwei ganz unterschiedliche Kategorien. Mit Wissenschaft geht es darum, sich einen Reim aus einer Entscheidungssituation zu machen, sich irgendwie zu überlegen, was ist jetzt gescheit, auf einen klugen Entschluss zu kommen, entweder als einzelner Feldherr oder Feldherrin oder im Team der anderen Kommandanten und dann in der Umsetzung etwas zu bewerkstelligen. Aber Wissenschaft heisst irgendwie diszipliniert und methodisch korrekt, sich einen Reim aus einer anspruchsvollen, dilematischen Lage zu machen. Und das tut Militärs auch im Übrigen. Okay. Gut, auch das wurde gesagt. Herr Precht, Sie haben es angesprochen, die Echokammern, die Bubbles, in denen manche Leute leben. Was würden Sie vorschlagen? Leute, die schon eigentlich so ein bisschen abgebogen sind, die kriegt man die überhaupt wieder zurück? Und wenn ja, wie könnte man argumentieren, dass sie zur Wissenschaft zurückkommen? Also es gibt ja sehr unterschiedliche gerade, wie weit man abgebogen ist. Ich habe auch schon die eine oder andere Diskussion mit Menschen gehabt, die so weit abgebogen waren, dass überhaupt nicht mehr eine gemeinsame Straße in Sicht war, auf der man sich hätte treffen können. Es gibt aber andere Leute, die nur in Teilfragen oder so abbiegen. Und das ist natürlich viel berechtigter, darüber zu diskutieren und fragen, was sind die Motive? Ist das wirklich Privatmetaphysik oder welche Informationen haben dazu geführt, dass es in diese Richtung geht? Und ich glaube, ich habe das Buch über die Pflicht geschrieben, weil es in einigen Punkten, ich weiß, dass ja am Anfang immer die Diskussion war, was ist mit unseren Grundwerten? Der Staat darf doch unsere Grundwerte nicht einschränken. Versuchen zu erklären, dass der Staat das nicht nur darf, sondern dass er das sogar muss. Dass es quasi ein Teil des Verfassungsauftrages des Staates ist, wenn er die Würde des Menschen schützen will, dass er höherrangige Grundrechte schützt, indem er niederrangige Grundrechte zeitweise einschränkt oder außer Kraft setzt. Und ich habe auch versucht, in dem Buch zu zeigen, dass das jetzt nicht willkürlich ist, dass der Staat sagt, das machen wir jetzt mal, weil da eine Pandemie ist, sondern dass das etwas ist, was im 19. Jahrhundert sukzessiv entstanden ist, nämlich der moderne Fürsorge- und Vorsorgestaat. Als die modernen Staaten entstanden, hatten die Menschen alle erdenklichen Rechte. Französische Revolution. So, jetzt habt ihr alle Rechte, gleich und frei und was weiß ich was, aber keiner war gleich und keiner war frei. Man musste unter entsetzlichen Bedingungen Feldarbeit machen oder dann in den Fabriken arbeiten und so. Also was nützt es, über Grundrechte zu verfügen, wenn der Staat meine Grundrechte nicht so absichert, dass ich sie ausleben kann. Und in dem Moment beginnt der Vorsorge- und Fürsorgestaat. Und er beginnt es nicht zuletzt aus Bekämpfung einer Seuche, nämlich der Tuberkulose. Der Kampf gegen die Tuberkulose ist der Motor des Fürsorgestaates und des Vorsorgestaates, der sich darum sorgt, dass in Zukunft Tuberkulose nicht mehr ausbrechen kann, der den Städtebau verändert zum Beispiel deswegen. Der dafür sorgt, dass die Arbeiter nicht in diesen entsetzlichen Quartieren hausen müssen, wo die Krankheiten ausbrechen, weil die hygienischen Bedingungen entsprechend sind. Der fängt an, sich um Hygiene zu kümmern. Es gibt Krankenversicherungen, die irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts entstehen, gesetzliche Versicherungen. Der Staat kümmert sich um die Menschen, um ihnen bei wachsenden Ansprüchen einer aufstrebenden Industriegesellschaft mehr Möglichkeiten zu geben, ihre Freiheiten auszuleben. Sie nicht nur zu haben, sondern sie auch auszuleben. Ich lebe meine Freiheit nicht aus, wenn ich als Kind an der Tuberkulose sterbe. Und dass das, was hier bei Corona ist, dieselbe Haltung des Staates ist, um die Freiheit der Menschen zu erhalten, zeitweise Einschränkungen von Grundrechten. Und das war das, was ich versucht habe, in dem Buch über die Pflicht zu erklären und zu erklären, dass der Pflicht des Staates auf der einen Seite die Selbstverpflichtung des Individuums entspricht, mitzumachen, weil der Staat kann die Menschen nicht zwingen. Das ist der Grund, warum ich gegen eine Impfpflicht bin, weil ich weiß, sie würde nicht funktionieren. Es gibt sozusagen nur einen gewissen Grad, wie weit der Staat das Ganze machen kann. Und letztlich ist er auf die Einsichtsfähigkeit seiner Bürger angewiesen. Er muss, auch wenn es hart und kritisch wird, mehr in die Überzeugungsarbeit insgesamt intensivieren sein. Anstrengungen als einen Zwang auszuüben, der dann am Ende dazu führt, dass vielleicht die Freiheitsrechte noch mal eine ganze Stufe mehr eingeschränkt sind und sich überlegen muss, ob den Preis, den er dafür bezahlt, nämlich die entsprechenden Trotzreaktionen und die Verstärkung des Risses, die Sache wert ist. Ich glaube, an dem Punkt möchten wir doch mal im Plenum Fragen im Livestream. Können Sie auch Fragen deponieren? Sie haben eine E-Mail-Adresse gekriegt. Ich sollte die Fragen hier sehen. Der Bildschirm ist leider schwarz. Vielleicht kann man mir helfen. Vielleicht sind auch keine Fragen gekommen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht kommen hier, jawohl, es ist gegangen. Wir machen hier mal live weiter, würde ich sagen. Gibt es Fragen? Scheuen Sie sich nicht. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, Richard David Precht Fragen zu stellen. Bitte schön, ja. Ja, ja, Sie können dann... Herzlichen Dank für den brillanten Vortrag. Ja, erst mal herzlichen Dank für den brillanten Vortrag. Ich denke, aus meiner Sicht fehlt eine wichtige Komponente, nämlich der Transmissionsrimmen der Politik, der ja heute von der Gesellschaft oder die Erkenntnisse der Wissenschaft über die Politik in die Gesellschaft bringen muss. Und wir leben ja da in einem so multivarianten Raum und der Bürger weiß eigentlich nie genau, kommt der Zweifel, weil die Politik vielleicht eher nach Wählerstimmen handelt, handelt sie nach Lobbyismus oder handelt sie wirklich nach dem Wohl für das Volk. Es ist, glaube ich, weniger der Zweifel in Erkenntnisse der Wissenschaft und das sehe ich jetzt auch im Umfeld sowohl bei der Klimaerwärmung wie auch bei der Corona-Frage, sondern sind die Zweifel, wo ist denn die Politik wirklich bei den Lobbyisten, bei den Wählerstimmen oder wirklich bei uns? Da wäre Ihre Antwort sehr interessant. Ja, das ist natürlich insofern guter Einwand, weil er hilft, die reale Entscheidungssituation plastischer zu machen. Ich glaube, dass all diese verschiedenen uns, ist es so, ist es so oder ist es so, sich im Kopf eines Politikers im Regelfall nicht trennen lassen. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass alle Politiker versuchen, das Richtige in der Pandemie zu tun und dass kein Politiker davon absehen kann, das Richtige auch für sich zu tun, weil er sonst in dieser Entscheidungssituation langfristig eben auch nicht mehr ist. Also das sind zwei Dinge, die man in einer parlamentarischen Demokratie überhaupt nicht säuberlich trennen kann. Und ich glaube, dass es auch Dinge sind, die im Kopf des Politikers nicht getrennt sind. Also ich glaube nicht, dass es Politiker gibt, die hier in wichtigen Entscheidungssituationen etwas für ihre Karriere machen, was ihrem besseren Wissen und ihren besseren Einsichten widerspricht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube eher, dass sich die manche Einsicht und manche Überzeugung an die politische Karriere dranhängt. Das glaube ich, ist tatsächlich so, aber solange Menschen Entscheidungen treffen, ist das immer so. Das ist nicht nur bei Politikern so, das ist auch bei Lenkern von Konzernen so. Und es ist sehr schwer, dass tatsächlich schon bei seiner eigenen Motivlage ernsthaft auseinanderzuhalten, das spielt immer untrennbar ineinander. Vielen Dank für den Anfang. Eine gute Eisbrecherfrage. Das Eis sollte doch gebrochen sein. Und er ist so ein Netter. Also man muss keine Angst haben vor ihm. Sehe ich eine... Ah, ja, bitteschön. Vielleicht das Mikrofon noch kommt von der anderen Seite. Genau. Genau. Erstmal vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und nochmal auf den Anfang von der Präsentation zu kommen, haben Sie erstmal damit angefangen, dass Wissenschaft Dinge messbar machen sollte. Damit aber auch die Gesellschaft von der Wissenschaft profitiert, muss die Wissenschaft eben nicht nur messbar gemacht werden, oder Wissen muss nicht nur messbar gemacht werden, sondern es muss auch erklärbar und sichtbar für die Gesellschaft gemacht werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Gesellschaft nicht immer alles versteht, was die Wissenschaft auch Neues herausfindet. Und da wäre jetzt meine Frage, was muss die Wissenschaft, wozu auch die Universitäten vielleicht dazugehören, was muss da getan werden, damit die Wissenschaft erklärbar für die Gesellschaft gemacht werden kann? Ein sehr guter Punkt. Das ist absolut ein guter Punkt, weil er natürlich ein großes Dilemma ausdrückt. Das Dilemma besteht daran, dass mit dem Fortschritt der Wissenschaft und der zunehmenden Spezialisierung der Wissenschaft immer mehr Erkenntnisse der Wissenschaft für viele Leute nicht mehr verständlich sind. Da gibt es ja auch kein freiwilliges Zurück. Man kann ja auch nicht da hinterher gehen. Wobei eben der Unterschied zwischen der Natur- und den Geisteswissenschaften interessant ist. Eine elegante Lösung in den Naturwissenschaften ist immer ganz kurz und smart. Die meisten Erklärungsmodelle der Geistes- und Sozialwissenschaften sind unfassbar breit und komplex. Und beides ist für die Rezeption schwierig. Also auf der Höhe des Wissens heutiger Naturwissenschaft mithalten zu können, kann man nur, wenn man dazugehört. Und bei den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften würde das einen Arbeitsaufwand voraussetzen, der zwar von der Intelligenzanspruch her vielleicht ein wenig geringer ist, aber von der Komplexität unglaublich viel höher ist. Und deswegen kann man gar nicht mehr erwarten, dass es verstanden wird. Und das Merkwürdige ist, das Ventil der Vermittlung ist so schwach. Es müsste also eigentlich viel mehr Menschen geben, die Wissenschaft vermitteln. Das passiert zum Teil in populär geschriebenen Büchern, wo man das machen kann. Was übrigens auch ein großer Unterschied ist, in den Naturwissenschaften sind populär geschriebene Bücher sehr beliebt und hoch anerkannt. In den Geisteswissenschaften sind sie meistens von den Fachkollegen tendenziell stigmatisiert. Das ist auch sehr interessant. Allerdings muss man sagen, im deutschsprachigen Raum, in angelsächsischen Ländern ist das ein bisschen anders. Aber insgesamt ist die kurze Antwort nach einer langen Vorrede, wir tun zu wenig für Wissensvermittlung. Das ist auf jeden Fall so. Danke. Da möchte ich gerade einhängen bei Ihnen, Herr Staffelbach. Wie handeln Sie es hier? Die Uni Luzern ist eine junge Universität, 20 Jahre. Aber es ist eine kleine Universität. Wie kann man Wissenschaft eben so besser an Mann und Frau bringen, an die Gesellschaft, dass sie auch verständlich ist und dann auch geglaubt wird? Zum Beispiel mit einer Presidential Lecture, wie Sie sie heute Abend haben. Das war durchaus auch, wie ich zu Ihnen gesagt habe, ein Motiv jetzt für diese Veranstaltungsreihe. Aber sonst geht es darum, denke ich, dass die Universität mit ihren Veranstaltungen ein offenes Haus ist. Und von dieser Offenheit dann das Publikum auch nutzt. Und unsere Höser und Seminare sind offen. Es ist aber eine Bringschuld der Dozierenden, sich so zu erklären, dass sie und ihre Inhalte auch verstanden werden. Und wir haben nicht nur ein Problem, vielleicht eine Silobildung von Wissenschaft in Disziplinen, sondern dass wir es eben auch verständlich machen. Klappt das mit dem verständlichen Dozieren? Der GAUS ist überall. Es gibt Dozierende, die sind herausragend im methodischen Darlegen von komplizierten Sachverhalten. Es gibt einen grossen Teil, der gibt sich gross Mühe mit viel Erfolg und dann gibt es eben eine dritte und einen anderen Teil auch noch. Namen wollen wir gar nicht nennen in diesem Zusammenhang, aber vielleicht gibt es noch eine Frage aus dem Publikum. Jawohl, die Dame, bitte. Ja, also vielen Dank auch für diesen interessanten Vortrag, vor allen Dingen der interessante historische Abriss der Bedeutung der Philosophie. Mit Verlaub, mir war die Darstellung des Wissenschaftsbegriffs ein bisschen zu positiv. Also ja, also in dem Sinne, also ich finde, Wissenschaft, die ernst genommen werden will, die muss auch Kritikfähigkeit vertragen. Die Wissenschaftler und die Wissenschaft haben uns schließlich auch mal erzählt, die Erde sei eine Scheibe. Also so eine gewisse Kritik, finde ich, in uns muss die Wissenschaft ertragen können. Und nur, weil sie jetzt das Wort Wissen in der Bezeichnung hat, heißt das nicht, dass man alles so für wahrnehmen muss und völlig unkritisch rezipieren muss, was die Wissenschaft uns erzählt. Also das würde ich Ihnen von der Grundtendenz recht geben. Es gibt ja auch die Wissenschaft nicht. Das muss man auch mal dazu sagen. Sondern es gibt verschiedene Wissenschaften, habe ich ja darüber gesprochen, auch zum Teil Wissenschaften mit unterschiedlichen Methodiken. Es gibt unterschiedliche Wissenschaftler. Und es ist auch völlig klar, was Wissenschaft generiert, Sie haben das ja auch gerade sehr, sehr schön gesagt, sind im Prinzip Plausibilitätsgewinne. Also kann ich das verkünden herer, unendlicher, nie zu verändernder Wahrheiten. Da mag es ganz wenige von geben. Es gibt da so ein paar Sätze, erster, zweiter Satz der Thermodynamik, die werden wahrscheinlich noch in tausend Jahren gelten. Aber es gibt natürlich ganz viel Wissensstände, die sich sehr, sehr stark verändern. Und das ist ohne jeden Zweifel wahr. Die spannende Frage ist, von welchem Standpunkt aus wird dieser wissenschaftliche Standpunkt aus kritisiert? Also wie viel weiß der, der das kritisiert, mehr? Oder welchen Gedanken hat er, der tiefgreifender und wegweisender ist? Und so diskutiert ja auch die wissenschaftliche Community unter sich. Natürlich kann man bestimmte Dinge anzweifeln, aber man sollte sie auf intelligente Art und Weise anzweifeln. Also sozusagen gefühlte Evidenz von, das kann doch nicht stimmen, ist halt ein bisschen wenig. Und davon haben wir in der Corona-Diskussion zu viel. Dankeschön. Ich glaube, das ist damals, ich sehe es jetzt nicht gerade wegen der Maske, ist alles ein bisschen kompliziert. Ah, jetzt können wir... Nein, es war eine Dame, die erst vorher aufgesteckt hat, vor ihr. Und ich möchte jetzt eigentlich, sonst nehmen wir einfach... Der Herr dort. Der Herr dort, genau, wo gerade die Masken abzogen hat. Ja, es kommt, gerade ein Moment, aber es kommt zu Ihnen. Und dann da hinten, mit der beige Jacke, Grau. Herzlichen Dank. Ich glaube, Leibniz hat gesagt, wenn die Wissenschaft und das Leben sich widersprechen, hat immer das Leben recht. Sprich das... Ich würde mal sagen, es spricht nicht gegen die Wissenschaft generell, aber zumindest spricht es dafür, Wissenschaft ganz generell empirisch auszurichten. Und gerade wenn ich so ein bisschen die deutsche Wissenschaftslandschaft beobachte, auch im Vergleich mit der angelsächsischen, dann mangelt es in vielen Bereichen an Empirie, in der Soziologie, aber auch in anderen Bereichen. Was meinen Sie dazu? Ja, also ich würde sagen, beides hat sein Recht. Also ich glaube nicht, dass man alle Geisteswissenschaften bedingungslos empirifizieren sollte. Ich glaube, die bedeutendsten Leistungen, Sie haben von der Soziologie gesprochen, des 20. Jahrhunderts, wurden dort nicht von Empirikern erbracht. Also der wahrscheinlich bedeutendste Geisteswissenschaftler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum war Niklas Luhmann. Mit Abstand der bedeutendste Soziologe der letzten 50 Jahre, ungeachtet, ob man Fan ist oder nicht, aber es ist eine unfassbare Leistung, ohne irgendwelche empirischen Studien in irgendeiner Form gemacht zu haben, sondern es ist eine andere Art von Herangehensweise. Das heißt, ich schaffe neue systemische Erklärungsmodelle, innerhalb derer, ich dann empirisches Wissen einspeisen könnte, wenn ich wollte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es diese Art von Wissenschaft auch nach wie vor gibt. Weil wenn es sie nicht mehr gibt und wir viele Wissenschaften nur noch als empirische Wissenschaften betreiben, werden wir möglicherweise bestimmte Erkenntnisfortschritte nicht machen, weil wir den Rahmen innerhalb dessen, wir diese empirischen Versuche machen, nicht lernen, neu zu denken. Und deswegen glaube ich, dass es sich letztendlich nicht in der Person des Forschers, aber im Fortschritt der Wissenschaften ergänzt. Eine reine Empirifizierung der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sehe ich eher als problematisch an, auch wenn ich der Empirifizierung viel Gutes abgewinnen kann. Aber die Reduktion darauf wäre doch sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass die Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften machen das sehr gelegentlich auch, aber quasi Meta-Theorie betreiben müssen, um sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Und jetzt da oben haben wir eine Frage, genau auf der Höhe von der Kamera, die da steht. Danke, danke, Herr Precht, für den Vortrag. Wenn das so schwierig ist, die Erkenntnisse der Wissenschaft dem gemeinen Volk quasi zu vermitteln, wie können sie dann eine demokratische Gesellschaft noch fingieren? Weil es ist ja dann nicht mehr möglich, für das Individuum eine Entscheidung zu treffen, die informiert ist. Also da müsste man eigentlich ehrlicherweise sagen, die Staatskritik, die mündet dann eigentlich in einer neuen Staatsform, oder die dann eine Art Aristokratie ist oder so. Oder können Sie die Demokratie verteidigen unter diesen Prämissen? Naja, ich glaube, die Demokratie kann man schon verteidigen. Aber was Sie damit angesprochen haben, ist Demokratie. Das ist das Gute an Ihrer Frage, dass es mir ermöglicht, das klarer zu sagen. Demokratie ist an Vertrauen gebunden. Und wir leben im Augenblick in einer Ära des Misstrauens. Also es muss ein gewisses Maß an Vertrauen geben, dass die Experten Experten sind. Es muss ein gewisses Vertrauen darin geben, dass Experten nicht willentlich lügen. Es muss ein gewisses Vertrauen darin geben, dass Entscheidungsträger nicht nur zu ihrem Vorteil entscheiden, sondern eben auch zum Vorteil dessen, was sie für das Land für richtig halten. Das ist der große Unterschied zu Diktaturen. Diktaturen brauchen nicht das Vertrauen ihrer Bürger. Dafür haben sie einen Polizeiapparat. Und wie schafft man ein solches Vertrauen im Recht? Das Problem ist, früher war das natürlich sehr viel einfacher, Vertrauen zu erwecken, weil die Leute nicht googeln konnten. Und das heißt ja nicht, in dem Moment, wo man googelt, dass man feststellt, dass jemand willentlich die Unwahrheit sagt, aber jeder wird zum Hobby-Experten für alles. Und da bildet sich immer mehr auf seine eigene Expertise ein. Also das einfachste Beispiel, wo man das wunderbar erklären kann, ist die Medizin. Früher gab es Vertrauen in den Hausarzt. Heute, wenn Ihr Kind hat einen kleinen roten Fleck, Sie gehen nicht zum Kinderarzt, Sie googeln die ganze Nacht. Sie werden sehen, es gibt tausend tödliche Krankheiten, die fangen mit einem kleinen roten Fleck an und so weiter. Sie ist schweißgebadet, das eine haben Sie schon für möglich gehalten, das andere haben Sie ausgeschlossen und so weiter. Mit diesem ganzen Wissen der Nacht gehen Sie am nächsten Tag zum Kinderarzt. Und der sagt dann, ja, das könnte in allergie, nein, 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 das kann das nicht. Das heißt also, die Möglichkeit, alle erdenklichen Wissensquellen aufzumachen, führt dazu, dass Menschen ihre Expertise überschätzen und im gleichen Maße andere Expertisen grundsätzlich anzweifeln. Und das ist natürlich bis zum Gewerbe, ein Problem, auf das ich auch keine schnelle Lösung habe. Aber das Erhalten der Vertrauenskultur ist elementar für den Fortbestand liberal-demokratischer Gesellschaften. Vielen Dank. Und die Frage hier vorne, bitte. Ja, Sie. Ah. Ja. Also genau zu der Frage ging mir durch den Kopf während Ihrem Vortrag zum Bereich Wissenschaft. Sollte man nicht, um eben dieses Vertrauen zu erhöhen, aber auch das Verständnis zwischen den verschiedenen Wissenschaften, die sind ja so unterschiedlich, zu erhöhen, so eine Art Studium Generale wieder einfügen, einführen, wie es früher gab, sodass wirklich die, alle, die in Richtung Studium gehen, halt am Anfang ein Jahr lang lernen, was sind denn die Methoden und die Vorgehensweisen und die Werte von den Naturwissenschaften, wie ist es bei den Geisteswissenschaften und sich danach erst entscheiden dürfen, was sie machen wollen, weil dann haben sie schon mal ein Grundverständnis für die anderen mitgenommen und haben sich vielleicht auf eine Basis entschieden, die auch ein bisschen wertvoller ist, als irgendwie googeln im Matura-Jahr. Ja, als treten Sie bei mir eine offene Tür ein. Ich bin Honorarprofessor an der Universität in Lüneburg, nehme das auch sehr ernst, unterrichte da regelmäßig und wir haben ja nicht nur ein Studium Generale, wir haben sogar noch ein Studium Individuale. Das heißt, wir haben einen Studiengang, der daraus besteht, dass man kein Fach studiert, sondern alles. Also man kann sich sozusagen durch alles das, was die Uni anbietet, seinen eigenen Parcours wählen. Das kann nicht jeder. Da gibt es ein ziemlich hartes Auswahlverfahren, wer dazu zugelassen wird, damit man also jetzt nicht so lauter Hobbyleute hervorbringt, sondern Leute, die auch in der Lage sind, dieses Wissen für sich zu bündeln, zu irgendwas zu entscheiden und dann vielleicht übergreifend Abschlussarbeiten zu schreiben. Da muss man sehr, sehr gut für sein. Aber das ist das, was wir zum Beispiel anbieten und Studium Generale spielt bei uns an der Uni eine ganz große Rolle. Ist das auch vorstellbar an der Uni Luzern, Herr Staffelbach? Ja. Kann man so ein bisschen alles machen? Also die Universität Luzern ist strukturiert, wie alle Universitäten, auch nach akademischen Disziplinen, nachdem man von dem Gymnasium mit der Matur, mit breiter Allgemeinbildung, an der Uni kommt, ist man spezialisiert nach Disziplinen, mit Ausnahmen. Wir haben an der Universität Luzern verschiedene kombinierte Studiengänge, zum Beispiel PPE, Philosophie, Politik und Ökonomie. Oder die Theologische Fakultät hat einen neuen Masterstudiegang, Theologie und Philosophie der Religionen. Das ist ein Neuermassenstudiengang. Oder die Soziologen, die machen nicht Soziologie, sondern Weltgesellschaft, Weltpolitik. Das sind kombinierte Studiengänge, die auf grosses Interesse stossen, vor allem auch für Studierende, die noch in einer gewissen Orientierungsphase sind und sich eine breite Bildung holen möchten. Das haben wir bei uns. Möchte ich nur kommentieren, finde ich grossartig. Also ich wollte, als sie anfingen zu studieren, Philosophie und Biologie studieren, das ging nicht. Also es waren zwei verschiedene Fakultäten, waren zwei Vollstudien. Ich musste zur Philosophie zwei andere Fächer studieren, waren nur drei für Magister und dann nochmal Biologie und dann in der gleichen Zeit Veranstaltungen wäre nicht gegangen. Dass man heute an Universitäten so geschmeidig ist, Philosophie und Ökonomie zusammen zu machen, finde ich grossartig, will ich mal ganz klar sagen. PPE. Wir haben dann Vertreter der Politikwissenschaften auch bei uns hier. Jetzt der Mann mit dem weißen Hemd in der Reihe mit der Brille wartet schon lange und ich würde sagen, wir haben noch Zeit für vielleicht zwei Fragen. Ja, mich beschäftigt wirklich, was jetzt immer mehr Leute dazu bringt, eben sich abzukehren von der Wissenschaft oder dass die Wissenschaft dort eben an Glaubwürdigkeit offenbar verloren hat. Und Sie haben ja diese privaten Narrative, Metaphysiken am Nützlichkeitsprinzip festgemacht. Ich frage mich jetzt einfach aus Ihrer Sicht, was ist denn so nützlich oder was bietet einen Zusatznutzen jetzt für diejenigen, die eben jetzt nicht mehr der Wissenschaft glauben oder die sich jetzt eben diesen alternativen Fakten oder Verschwörungen jetzt anschliessen. Was ist das? Ich meine, Orientierung ist das übergeordnete vielleicht die Funktion all dessen, oder? Aber warum jetzt nicht mehr die Politik oder die Wissenschaft als Orientierungshilfe, sondern plötzlich eben alternative Fakten, Verschwörungstheorien etc.? Es ist einfacher. Also wir haben ja bei Corona eine unglaublich verzwickte Situation, was ich ja vorhin gesagt habe, weil wir ja ständig weiter lernen in diesem Zusammenhang. Ich komme also auf sehr viel schnellerem Weg zum Ziel. Das ist zum Ziel kommen. Beim Denken ist natürlich erfüllend. Ich weiß jetzt, wie es ist. Ich kann Abkürzungen in etwas nehmen, was normalerweise eben schwierig ist. Und das Zweite ist, ich hatte es auch genannt, ist das Gefühl der Exklusivität. Das Gefühl, einem Wissen anzugehören, was nur die Intelligentesten und die Wenigsten, zu denen man selber dazugehört, über das die verfügen, wogegen die große Menge irrt. Das ist das alte Elitendenken, auf eine sehr merkwürdige Art und Weise in neue Formen gegossen. Spielt sicherlich auch eine ganz massive Rolle dafür, was da bestärkt. Und letztendlich geht es um eine und einzige Sache. Es geht um die Erhebung des Selbstwertgefühls. Und zwar um die Erhebung des Selbstwertgefühls, ohne allzu große Anstrengungen dafür machen zu müssen. Und die Erhebung des Selbstwertgefühls, dass man zu Erkenntnissen in der Wissenschaft kommt, da weiß jeder, alles, was wir in der Wissenschaft machen, ist nie endgültig. Wir gleichen Schatzsuchern, die immer nur neue Grenzen erreichen, wenn sie einen neuen Kontinent haben. Und dann von da aus geht es dann schon wieder weiter. Das heißt, man kommt sehr selten zu endgültigen Zielpunkten. Ganz kurz noch. Nur kurz noch eine Replik. Sie haben die USA erwähnt, mit denen ein Drittel aller Personen dort jetzt, zum Beispiel Trump, oder? Also die Trumpisten, sagen wir jetzt einmal so. Warum? Also das ist ja nicht mehr sehr exklusiv, oder? Wenn ein Drittel der Bevölkerung daran glaubt, dass die Demokratie dort ausgehebelt ist, nicht mehr funktioniert, dass die Wahl von beiden Unrecht war, etc. Das ist ja nichts mehr... Aber da geht es ja noch um etwas anderes. Da geht es um Identitätsverlust. Das angesichts sehr vieler gesellschaftlicher Veränderungen, die Leute ihr altes Amerika nicht mehr wiederfinden. Das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle davon. Also das alte, männliche, weiße Amerika und das Amerika der Stahlarbeiter und so weiter, das verschwindet. Und da gibt es einerseits ökonomische Gründe. Die Digitalisierung hat in den USA ungefähr acht Millionen Jobs gekostet in den letzten sieben, acht Jahren, ganz anders als bei uns. Da ist natürlich ordentlich was passiert. Und auf der anderen Seite eben die kulturellen Veränderungen, also in der ganzen Diskussion, Gender, die ganzen Diskussionen um farbige Minderheiten und so weiter und so weiter. Und dass die Menschen das Gefühl haben, dass Amerika, in das sie mal reingeboren sind, das ist nicht mehr da. Und das ist das Festhalten an etwas Altem, was sie gemocht haben. Und das ist die totale Skepsis eines Neuen, in dem sie den Untergang der Nation sehen. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Okay. Aber es ist eigentlich keine Parallelen zwischen der Entwicklung in den USA, jetzt eben im Nachgang der Wahl von Biden und jetzt, was wir hier jetzt beobachten in der Corona-Pandemie. Es ist nicht das Gleiche, aber es hat ein paar Überschneidungspunkte. Und meine größte Befürchtung ist, dass wir im Zuge der ökonomischen Veränderungen, die in den nächsten Jahren durchgreifen werden, im Zuge der Digitalisierung, wo auch Leute unverschuldet ihre Arbeit verlieren werden. Über wie viele kann man lange, lange diskutieren. Die auch vielleicht in den neu entstehenden Jobs nicht arbeiten können oder nur arbeiten wollen. Dass im Zuge dieses Umbruchs sehr viele Leute, die jetzt durch Corona sensibilisiert dafür sind, dem Staat nicht mehr zu trauen, dann anschließend wir ähnliche amerikanische Verhältnisse kriegen. Das ist also sozusagen nicht voneinander zu trennen, auch wenn in den USA im Augenblick andere Motive noch eine große Rolle spielen, die bei uns gegenwärtig keine spielen und hoffentlich keine zu große, aber da bin ich nicht so sicher. Machen wir noch eine allerletzte Frage. Vielen Dank. Die Dame, genau, bitteschön. Weil wir haben schon zehn Minuten überzogen. Es ist ein gutes Zeichen, wenn so viele Fragen gestellt werden. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt die letzte. Ja, gern. Sie haben da sehr viele Stichworte geliefert für meine Frage, die ich jetzt nicht alle wiederholen will, diese Stichworte, aber Kritik am Staat ist neu, der Vertrauensverlust, dann gibt es diese ganze antivissenschaftliche Irrationalität. USA mit 40 Prozent übrigens der Leute, die glauben, dass sie nicht, dass Biden nicht Präsident ist und so weiter, Google und so weiter. Wie zuversichtlich, Herr Precht, sind Sie, dass wir als Gesellschaften, als Demokratien aus dieser Zeit, in dieser chaotischen Zeit, Sie haben es, wie haben Sie es genannt, gespenstische Zeiten, wieder herausfinden oder dass wir uns, das ist mein Gefühl seit ein paar Monaten, aber nur ein Gefühl, dass wir uns in einer eigentlichen Zeitenwende befinden als Gesellschaften, als Demokratien, dass daraus etwas ganz Neues und auch nichts sehr Schönes wächst. Vielen Dank. Sie haben zwei Alternativen genannt, die ich beide so nicht akzeptieren würde. Ich glaube, dass tatsächlich etwas Neues erweckt. Ich glaube, dass wir uns in einer historischen Umbruchssituation befinden, die wirklich groß ist. Also ich vergleiche das gerne mit der ersten industriellen Revolution. Das war der Beginn der bürgerlichen Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft und wir befinden uns jetzt im Übergang zu einer SINN-Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in deren Mittelpunkt der Arbeit stand, in einer Gesellschaft, in deren Mittelpunkt die Frage stellt, was will ich vom Leben? Das ist ein irrsinniger Unterschied und wenn wir den noch in dem Zusammenhang mit digitaler Revolution sehen, Nachhaltigkeitsrevolution und so weiter, es geht wirklich darum, sich völlig neu zu erfinden. Das ist auch das, was passiert. Ich bin aber, was diese Entwicklung anbelangt, halte ich das für eine positive Zielsetzung. Und deswegen glaube ich, ist das auch eine langfristig positive Entwicklung. Mit all dem, was das verändern wird, unsere Sozialsysteme, unser Verhältnis zur Arbeit. Nicht, dass die Leute nicht mehr arbeiten werden, aber es wird trotzdem eine andere Art von Gesellschaft sein, indem man zur Arbeit nicht mehr verdammt ist, wie das in früheren Zeiten war. Also da ändert sich unglaublich viel. Ich glaube, dass es kurz- und mittelfristig, wie immer bei solchen Umbrüchen, zu sehr, sehr heftigen Turbulenzen kommen wird, die auch viel heftiger noch sein können als in der Corona-Zeit. Ich glaube aber, dass langfristig die Entwicklung nach oben zeigt, sodass ich unterm Strich optimistisch bin. Vielen Dank. Das war auch eine gute letzte Frage. Ich möchte die allerletzte Frage unserem Gastgeber stellen. Wissenschaften durch Wissenschaft ist natürlich das Thema, welche Visionen hat die kleine, aber feine Universität Luzern und wie wollt ihr die umsetzen? Das können wir präzisieren bei einer Gelegenheit. Das ist eine grosse Frage. Ich frage ich ganz kurz. Die Universität Luzern ist keine Volluniversität im Kleinformat. Sie ist eine fokussierte Universität, eine spezialisierte Uni. Wie die ETH Zürich, eine Spezialuni für Naturwissenschaft und Technik, sind wir eine Spezialuni für menschliche Institutionen und das Verhalten der Menschen darin. Damit möchten wir uns profilieren. Das ist auch unsere Nische in der schweizerischen Hochschullandschaft. Es gibt zwölf Universitäten in der Schweiz und die humanwissenschaftliche Fokus der Universität Luzern ist einzigartig von diesen zwölfen. Wir sind also in der Schweiz die einzige humanwissenschaftliche Uni, aber nicht die einzige in Europa und wir möchten die nächsten zehn Jahre zu den führenden humanwissenschaftlichen Universitäten in Europa gehören. Unsere Nachbarn, das KKL, das Luzernfestival, das Luzern-Sinfonieorchester haben uns vorgemacht. Das machen wir auch. Die kleine Uni Luzern hat grosses vor. Ich höre das schon. Das ist so. Darum haben Sie auch das Schlusswort jetzt. Ich bedanke mich sehr bei Richard David Precht. Und der Chef des Hauses hat natürlich das letzte Wort, das Abschiedswort kommt jetzt vom Prof. Und das Dankeswort. Also Herr Precht, diesen August habe ich am Gardasee liegend Ihr Buch von der Pflicht gelesen und daraus mitgenommen, dass man die Begründung von Pflichten auch ohne das Staat erleiden kann. Einfach Ihr Recht, geschützt zu werden, führt zu meiner Pflicht, sie zu schützen. Das habe ich von meiner Gardaseelektüre mitgenommen. Ich hätte dann zumal nicht gedacht, dass ein paar Monate später ich Sie hier persönlich begrüssen darf. Vielen Dank, dass Sie nach Luzern gekommen sind. Ich nehme persönlich von den letzten 60 Minuten mit die grosse Bedeutung zwischen Wissenschaft und Psychologie. Dass es unser ureigenes Bedürfnis ist, uns einen Reim von der Welt zu machen. Sie haben gesagt einfach, und dann haben Sie dann stimmige Geschichten zu suchen. Aber unsere Welt bildet sich nicht wie ein Foto oder ein Film in unserem Hirn ab. Da gibt es viele Anomalien, da muss viel Hirn und Denken. Und die Neurowissenschaftler, die haben herausgefunden, wie aufwendig für unser Hirn das Hirn und Studieren ist nachher. Deshalb sind einfache Geschichten manchmal so attraktiv. Vielen Dank, da nehme ich mit. Und ich nehme auch mit, die Bedeutung dann von der Universität als Institution, wo man sich nicht nur einen Reim von der Welt macht, sondern miteinander lernt, diszipliniert, einen Reim der Welt zu machen. Sie haben eben gesagt, Bildung als Urteilsschulung. Das ist einfach nicht ein Algorithmus, den man über eine App herunterladen kann, sondern man muss mit verschiedenen Apps spielen, lernen. Und bei uns lernt man solche verschiedenen Apps an einer humanwissenschaftlichen Universität oder auch an einer grossen Fonds-Universität. Erbrecht, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, als Brückenbauer auch, zwischen Schienzia und zwischen Sabienzia. Und ich meine, Sie sind hochgradig intrinsisch motiviert, deshalb kann ich Sie nicht monetär oder sonst wie intensivieren. Aber einfach ein bisschen Schocki von Luzern. Aber das Wichtigste ist, die Brücke ist drauf, für den Brückenbauer. Und dass Sie ein fünftes Mal dann nach Luzern kommen. Vielen Dank noch einmal. Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass Sie so lange zugehört haben. Es war sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr wohl bei Ihnen gefühlt und ich freue mich, Schokolade bekommen zu haben und nicht wie sonst immer Alkohol. Wahrscheinlich ist das so, dass die Menschen denken, der Philosoph meint, die Welt wird leichter, wenn man spürt, wie sie sich dreht. Aber in diesem Fall freue ich mich über die süssen Seiten des Lebens zu kosten. Erfreulich. Danke, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie bei der zweiten Presidential Lecture im nächsten Frühling dann wiederzusehen. Und bis dahin, schöne Festtage und ein gesundes, gutes neues Jahr. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.